Ich merke gar nicht, ich fahre irgendwie total durch die Botanik. Ich hoffe bloß, es sind jetzt nicht mehr so viele Fälle, dass dieses Projekt bald abgeschlossen war. Langsam kotzt es mich echt an. Also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei der PS3 wäre so, in der Brandermittlung waren es, glaube ich, vier Fälle. Oder fünf? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Leider nicht. Bist du Matthew Ryan? Wer fragt? Detective Phelps und Biggs. Arson Squad. Arson. Du hast den Mann gehört. Ich schaue das Ding in den Auto und werde ich gleich mit dir. Halt es, Ryan! Ich sagte, sonne B***h! Irgendwie hat man da nicht so viel Geld. Lauf stehen, du Pumpe! Nicht abhauen! Das gilt nicht! Ey! Hallo! Wenn er mich erwischen lässt, bin ich schon zufrieden. Steht an ihn, hm? Gib mir nur ein bisschen dichter. Genau, fahr überall gegen. Das passt sehr gut. Vielleicht muss er mal in seine Nähe kommen. Halt, er hat gern fast ihn drauf. Bleibt doch was stehen! Oh, ja, natürlich. Komm hier noch auf meine Straßenseite drüber. Was ein Klötenarsch. Die Delimiarek alternativeaguten Gerciuen Iranspot oceans! LAPD! Ja! Why did you run, Ryan? I was scared! You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on a suspicion of committing a series of arsons. Mh-hmm. Und was haben wir jetzt noch? Das ist jetzt das Problem, dass ich da jetzt nicht weiterkomme. Also irgendwas scheint da ja noch zu fehlen. Gut, einmal ein weiteres Straßenverband, das machen wir jetzt auch noch nebenbei. Und dann hoffe ich mal, dass wir bei dem anderen Typs wieder auch noch mal weiterkommen. KGPL to any central unit, meet the officer, a hit-run felony at 6th and Alvarado. Any unit able to handle, code 2, identify. Car 11 King responding, go ahead KGPL. 11 King, meet the officer, a hit-run felony at the intersection of 6th and Alvarado. Jesus Christ. Notify the coroner's office. It's not often you get them this easy. Driver left his car behind and hoofed it. Any witnesses? None of them saw the crash, but by the blood, I'd say the driver can't be too far. Did anyone see where the driver went? I saw a guy run up that alley. Fahrerflussverdächtigen finden. Oh yeah. You've seen a man covered in blood? We're chasing a hit-and-run suspect. He went to ground in the alley. Oder hier vielleicht? Oh, das ist ja jetzt so eine Sache, diesen Scheiß jetzt auch noch zu finden. Meine Güte, ey. Wo hat der sich denn jetzt versteckt? Da kommen wir nicht rein. Hä? Hä? Äh, muss ich das jetzt verstehen? Oder was ist jetzt hier los? Just stay away from me, verdammt me! I mean it! Get back! Oh, Mensch, schau doch da um! Mensch! Blöde Sohn! Ja, natürlich geht's ja ganz langsam um. Lass dich hier mit dem Typen, die da noch kloppen. Alright. Wenn du wirklich willst, dann. Ja, jetzt. So. Obst, Moll! So. Meine Fresse. I only fell asleep per second. I've never had any trouble like this before, Officer. Never, ever. William Shelton? Oh, Christ. It's you. Look, you gotta believe me. I'm no criminal. Warte mal, William Shelton? Mit dem hatten wir doch auch schon mal zu tun. Mann! So. 5 Straßenverbrechen, die wir also das noch. So, Kumpel, du fährst uns jetzt nochmal zu dem Typen, die da hin. Ansonsten mache ich gleich mal einen Schnitt. Also irgendwie muss es ja da weitergehen. Oder ich muss gleich nochmal hier bei dem, äh, bei Instaheat die ganzen Schränke nochmal durchsuchen, durchgucken, bla bla, hier, bla bla, da. You want to arrest somebody? Visit my ex wife. Leave me alone. Ha. Gut. Alles klar, Leute. Wir machen mal einen ganz kurzen Schnitt. Ich guck mal eben, wo es jetzt weitergeht, weil ich hab jetzt keinen Bock hier die ganze Zeit rumzusuchen. Dann, äh, dauert das, äh, viel zu lange. Also, Leute, bis gleich. So. So. Es ist die favorite Wahl von Ignition von Arsonisten. Es gibt ihnen Zeit, um weg zu gehen. Du bist verrückt. Er lebt wahrscheinlich nahe den Kanälen in Venice. So, wisst ihr, was ich hier übersehen habe? Ich habe Arbeit auf der Seite. Und zwar, in dem Spin von dem, äh, Reginald Wally, habe ich vergessen, hier bei diesem Moskito, ähm, Dings, habe ich vergessen, da gleich die linke Maustaste zu drücken, dass er sich diese Moskite-Spirale mal anguckt. Genau, das habe ich vergessen. Und genau aus dem Grund habe ich hier auch nicht weitermachen können. Gott, bin ich ein Followerst. Aber wir gucken jetzt so vorsichtig auch nochmal die anderen beiden Schränke durch. Ist mir lieber. Man weiß ja nie. So, gut. Da, ja, ja, ja. Komm, hatten wir schon. Los. Das hat mir ja Gott sei Dank auch schon aufgeklappt. Also, ja. Oh, letztes Mal die Schränke durchgeguckt haben. So. So. Und hier war jetzt einmal dieses Gesetz und Autorität für 5 Cent. Oh, yeah. Tappeter Millionär von. Das kann man auch noch aufklappen. Ach, du Scheiße. Tolle Wurst. So. Ja. Aber normalerweise hätte man das dann auch noch als, äh, Hinweis ansehen können, ne? Also, wenn man das jetzt schon nicht direkt, äh, gemerkt hat, dass man das irgendwie aufklappen kann. Äh, das hätten sie machen können. So, gut. Sind wir jetzt hier fertig? Wir sind fertig! Yay! Geile Scheiße! Äh, was machst du? Der wollte gerade gegen eine Wand laufen. Äh, Cole, ich weiß, dass du mit den Nerven jetzt total am Ende bist, aber... Mir geht's nicht anders, aber... Du brauchst dich gegen eine Wand laufen. Das lohnt mich. So, Orte. So, kommen wir da... Äh, lass mich da jetzt bitte weiterkommen. Äh, Dicker. Bix! Hallo! Du, ich wollte schon ohne dich losfahren. Ich hätte dich hergelassen. Hätte ich hier ausgestellt. Als, äh, suchender Polizist. Also, Brandein mit Launa. Aber ich weiß nicht, ob euch das schon auch klar ist. Also, hier den, äh, Wix, den bringe ich ja so ein bisschen in Verbindung mit dem Galloway. Fehlt nur noch, dass er genau so ein Säufer ist. Vielleicht finden wir das ja noch die, äh, letzten Fälle dann so raus. Weil, wie gesagt, Brandermittlung ist ja jetzt der letzte Bereich hier in dem Spiel L.A. Noire. Und, wie gesagt, wir sind jetzt, ja, also ich, lasst mich nur so 70% haben wir bestimmt jetzt schon vom Spiel fertig. Weil Verkehrsdezernat ist erledigt. Morddezernat ist erledigt. Sitten-Dezernat ist erledigt. Und du nimmst mir bitte nicht die Vorfahrt, du Penner. Sonst werde ich böse. Oh, und wenn ich mal böse wäre. Dann solltest du mir nicht in die Quere kommen. So böse hat mich noch keiner erlebt. Doch, okay, bei einigen Rages, ja, das stimmt schon, aber... Die sind ja ein bisschen weniger geworden. Also hoffe ich jedenfalls. Hä? Hä? Hat sich gerade die Schießen angehört, also... Als wenn irgendjemand auf einen geschossen hat. So. Bitte. Also, wir müssen ihm jetzt noch eine Frage stellen können, das geht gar nicht anders. So. Ja! Gott sei Dank. Verbindung zu Matthew Ryan. Do you know Matthew Ryan? No. Don't know the name. Der hat den Namen noch nie gehört. Und das ist ja jetzt der... Clayman's. Hm. Tja. Ja. Warte mal, er muss den eigentlich kennen, also... Wenn ich jetzt hier die Liste der Gasinstallateure als Beweis nehme, es müsste eigentlich klappen. Warte mal, wir probieren das mal. Vielleicht klappt das ja auch. Ja, gut. Ja, gut. All right, Clemens. You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Let's get out of here, Phelps. He and our guy. We have three suspects. As much as I'd like it to be Chapman. I think it's one of the other two guys. Let's get to the station and close this case. Also, einmal zimmere, ja bitte. Dicker, schlagst du mal bitte ein. Hallo! Hey! Bist du besoffen, oder was? Habe ich schon mal gesagt, dass er irgendwie besoffen ist? Die steckt nicht an. Ja gut, und du bleibst stehen. Alter, kein Problem mit. So. Geht mal aus dem Weg, ja. Wir haben Auto fahren. Wo sollst du mir keiner nicht querkommen? Und wenn doch, dann habt ihr ein Problem. Okay. So. Polizistatione. So. Wollen wir mal gucken. Oh, die Frems gehen schön runter. Felps, du hast nichts. Biggs. Ryan's waiting for you in Interview 1. Barley's in 2. Hey, Hopkins. You practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. What a f***o. Walking out on his wife like that? Der Pfeil abgeschlossen. Okay. Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. Oh man, jetzt muss ich nochmal eben die Beweise durchgucken. Hm, 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 hm. Ja, hier, der Chef von Instahit, der sagt ja auch hier, dass es einfach ist, die Gasdruckregler zu manipulieren. Pass mal auf. Wir machen das mal als Lüge. If you know enough to do your job, you know enough to do that repair. You're lying, Ryan. And how do you think you can prove that? Weil wir die Aussage von deinem Chef haben, du Spasti. Jawoll! Du hast gesagt, dass du es alle trainiert haben, um es zu tun. Es ist ein kompletter Repair. Du kallest ihn ein Lüge? Okay. Ich weiß, wie es ist. Aber was wäre der Punkt? Du endest mit einer Gas-Sleague und dann ein kleines Feuer, wenn du den Pilot wieder aufrufst. Und wenn du nicht den Pilot resetten und das Gas verbreitete, was war die Grundlage des Feuer in deinem Haus, Ryan? Ich werde dir nicht sagen. So, Vorstrafe wegen Mordversuchs. Machen wir das mal als nächstes. Ich habe kein solches Ding. Hä? Du hast nichts? Hallo? Wir haben doch deine Polizeiakte. Wo ist Matthew Ryan? Äh, hier. Vorstrafen wegen Missachtung und Gericht zum versuchten Mordes. Ja. Also hier, ich kann mich allein verarschen. Du lacht, Ryan. Und wie genau bist du das? Du Flachbümpel, ich habe deine Polizeiakte. Du warst mit einem verletzten Mord, Ryan. Es war ein Verletzungsverfahren. Keine kriminalische Liability war das Verdacht. Sie sagten, dass sie nicht wussten, dass die faulteren Heaterinstallation ein Feuer kregen würde. Das ist ein Feuer. All das ich weiß, ist, dass ich meine ganze Familie verloren habe. Und eine Firma, die zuständig war, hat sie weggezogen. Was würdest du tun? Welche Firma? As-Fastos-Water-Heater-Kompanie. Die Wohnbauförderung. Was kannst du mir über das Suburban-Redevelopment-Fund erzählen? Nichts. Hm. Ja. Also da schwange ich jetzt zwischen Wahrheit und Anzweifeln. Weil er hat uns ja schon jetzt wegen der Polizeiakte belogen. Vielleicht wäre ich da jetzt ein bisschen zu gut, wenn ich da auf Wahrheit gehe. Hm. Ja. Ja, doch lieber Anzweifeln. Ich glaube, Suburban ist eine Frösche für deine Anzweifeln. Sie haben die Menschen, die aus der Stadt sind, während ihr ihre Hände unterbrechen. Suburban? Was hat das mit mir zu tun? Das ist Barley's Bilk. Er ist derjenige mit dem kohlenen Zusammenhang mit den Faschisten. Mhm. So, und anarchistische Literatur. Also willst du die Welt ändern, Ryan? Ja, ich mache das. So does every reasonable person. And you're doing your part? Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Mhm. Na gut, da guckt er jetzt aber sehr sicher. Also da könnte man eigentlich jetzt auf Wahrheit gehen. Hm. Ja, komm. Naja. Hätte ja klappen können. Ich habe nicht gesagt, das. So. Gut, wir hören uns erstmal den anderen Typs noch an. Sure. Als nächstes, als dein Redfriend das Gebäude entstürzt und erzeugt, du behältst dein Seat, bis wir entscheiden, wie lange du dich abkommst, Knucklehead. So. Huch. So, ist ein anderer Raum. Ach, hier vorne wahrscheinlich. Timm uns. Wir haben Matthew Ryan in Custody, Varley. Ich denke, all we need to do is ask him about this and he'll write you out. Fuck Ryan, that pinko bastard. So. Arbeit im Sawyerhaus. Habt ihr ever worked on a place on Rosewood Avenue? Very mild by the name of Sawyer. Maybe. Ich bin aus der Stadt, ich gehe, wo sie mir senden. Ich mache nicht viel Verbraucher, aber ich bin auf neue Installationen. Moment, du hast solche den... Ja, wir sprechen ja gerade über das Sawyerhaus und das hast du gewartet. Also, verarsch mich hier nicht, Penner. Ja, das hast du gewartet, du Penner. Ge lügt. Ja, Suburban. Ja, sie wollten diesen Mann raus. Sawyer hat sich immer über das, dass er nicht sein kann, um einen Heaterservice zu bekommen. Also, sie legten ihn in einen freien Service als Schrauber. Ich denke, du hast ihn auch gespielt. So, Wohnbaubeförderung, ich will jedes Mal Wohnbaubeförderung sagen, ey. Es ist doch eine Scheiße. Du bist in den Pocken eines Wohnbaubeförderungsbewerks? Never. Ich habe Prinzipien. Letzte Chance, Barley. You're already a wanted man. It won't be hard to hang a double arson on top of your murder beef. Hey, I shot a loan shark who was squeezing my brother for the big. That's why you ran? I ran? Because the guys who ran that racket will kill me. Oh, it was also falsch. Instahit Model 70. What would reversing the diaphragm of an Instahit Model 72 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You're out of your mind? Die Wahrheit ist es auf jeden Fall nie für der Typ. Sie sagt, er guckt da einfach zu doll durch die Gegend. Da würde ich es jetzt auch eher mit Anzweifeln versuchen. Weil ich denke mal nicht, dass ich da jetzt irgendwie einen direkten Beweis für hätte. Aber ich würde eher, also... Der Barley hat zwar auch ein gutes Motiv, Aber ich... Pass auf, wir werden den Ryan verdonnern dazu, also... Du bist schlecht! Matthew Ryan, ich schaffe dir mit einer Reihe von Arsons und für die Mörder von Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer und Jessica Sawyer. Du schaffst einen innozenten Mann hier! Hörst du mich? Ich habe keine Feuer, ich habe keine Familie gebeten. Hm, hm. Schauz! Was du mit deinem Frau und Kindern war nicht amerikanisch. Meine Frau mich ausfügt. Ich habe deine Meinung nach? Du bist hier, um zu hören zu mir. Was ich wollte sagen, bevor ich mich unterbrechen, war, dass du ein guter Job auf der Stefan Sawyer-Kase gemacht hast. Wir haben oft nicht ausgesucht in Arsons, also gut gemacht. Was für mich? Ich bekomme eine kleine Stampe bei meiner Hand oder eine Lollipop oder was? Was du bekommst, ist ein anderes Fall. Ein schlechtes, leider nicht. Na ja, gut. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich für's Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession, beziehungsweise im nächsten Fall im Branddezernat dann wieder. Und bis dahin verbleibe ich mit meiner allbekannten Art und sage Tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.